Hallo, serva, schon mause wieder da! Wunderzucker sagt auch Servus und grüß euch! Wir sind wieder dabei, Lasgarien, diesmal schaffen wir's bis zum Ende. Schaut so aus, dass wir schon mega auf der Zielgeraden wären. Wie gesagt, Windschatten schon überholt, haut schon hin, also schaut gut aus. Ja, und wir machen gleich weiter, wir sind letztes Mal noch mit einem Aufzug raufgefahren in den obersten Stock von einem Turm, vom höchsten Turm, da sind wir, machen wir weiter. Viel Spaß beim Zuschauen, hoffentlich. Jetzt bin ich noch gespannt, was da passiert. Er will's auch schon wissen, er will auch schon raus. So, und wenn er sich schon so höchstert? Du willst da rauf, gell? Bole, yo! Oh! Na wo hier, na wo hier! Okay! Na wo hier! Aufschärfen, Bergs! Na kommt, na kommt! Aufschärfen! Vielleicht souverän, da irgendwo rauf springen oder was? Na ja, wenn er sich... Oh, der hat da noch ein Speer! Wow, ein wenig lauter! Aber der hat da noch ein Speer, der Arme! Juckt ihn gar nicht! Er ist schon so abgeprüft! Wuh! Aussehen! Ah, warte mal, wir lassen doch! Ah! Oh, 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 oh! Wow! Hälften wechseln 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 wir繁 Adamant! Ich will ihn noch klein. Ah! Nonononononoonue! Wama! Ja, er setzt dich doch schon wieder durch hin! Ja, ich geh ja eh schon wieder. Mann! Wow! Achtung! Und tot. Tot. Kleiner asiatischer Toter-Jünger. Nicht der Erste. Willkommen in der Unfähigkeit. Der Böter, der fürs Borden. Da musst du rein. Das schaut so aus. Loch. Loch, ich rumpf rein. Kennst du mich ja? Alter. Quer durch die Matrix. Super. Der hat sich gleich wieder. Was denn du? Ich habe ihn nicht. Das sagt ihm nicht, dass du ihn da anbesehen willst. Na, kurzer, kurzer. Okay. Okay. Daugt mal, daugt mal. Kann ich jetzt töten? Ja, ja. Ich will für einer. Jetzt ist gleich weg. Und... Yay! Wow! Okay. 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 Stunny. Wow! Heißt nicht weg, ich bin auf der Schiff, glaube ich. Ja. Oder wer da reinschaut. Okay, wenn die Zeichen kommen, darf ich ihn nicht. Ich darf nicht so lang. Was so lang? Wenn die Zeichen kommen, bin ich schon zu lang drauf und schau mal. Ja. Ich muss ihn noch einmal weg bringen jetzt dann. Ja, bin dabei. Ja, bin dabei. Das ist eine Ausglätzung. Das schaut so aus, als könnte ich da glättern. Was würden mich die Rüstungen abschießen? So schaut das aus nämlich. Ja. Das ist viel rausgegeben. Ups, ey. Schwabe. Ich bin noch ganz oben da. Ja, dann kommen diese Symbole wieder. Schauen wir, wenn ich da länger oben bleibe. Und das da noch möchte. Genau im letzten Moment muss ich dann... Gehen wir aus. Wo? Wo? Okay. Ja, er rennt ja gleich los. Dumm, dumm. Langsam, Pulli. Langsam. Ups, auf. Ich kann leider nicht gehen, während ich den Schild halte. Was? Stopp. Geh mal ein Stück vor, bis du weg springst. Cool. Stopp. Stopp. Dann springt er wieder nicht. Halt. 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 So. Übel. Stopp. Ja, tue ich aber. Er stoppt nicht. Ja. Braucht immer für alles so lange. Keine. Mach jetzt stopp. Mach jetzt stopp. Jetzt guckst du den Himmel an. Ich hörst du den Himmel an. Ich muss auf jeden Fall rauf. Das schaut mir nicht so aus, als müsste ich da rauf. Weil sonst kann ich nirgends mehr hin. Okay. Ganz lang. Gezielte Spielen. Schritt für Schritt. So, wenn du nicht ganz zu bist, brauchst du Länge nämlich für die Rückmung. Ja. Stopp. Jetzt schauen wir mal, wie du auseinandersetzt. Jetzt ist... Wow. Genug Zeit. Wow. Das ist Hebel. Wow. Das ist Hebel. Das ist schon mehr da, Bruder. Wow. Wie stiebst du neben mir. Steck den scheiß Schilder jetzt auch. Das geht aber. Das ist die ganze Zeit da herinnern schon, dass es so gehagelt. Oh, der ist voll gehagelt. Okay. Das ist der Ventilator. Oh, das war der Typ. Oh, sehr was wie ein Bruder. Wow. Wie voll. Hey, warte mal. Da war was. Wow. Siehst du das? Ah, ja, 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 ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, nein, nein. Platsch. Yeah. Ach du Scheiße, da wird er im Schwindelicht. Oh. Okay. Ja, er schwebt sogar auch. Wo soll ich das spucken, oder? Ah, das ist ein Schild da. Okay. Stecken unser Schild wieder rein. Ich steh auf dem Schild. Stecken. Ah. Stopp. 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 Äh. Oh, das ist... Doch nicht. Okay, bleib da. Ah, vielleicht kann jetzt der Trikot rauf. Da hat er der Propeller das aufgehalten. Ja komm. Wo ist er? Wo ist er? Er sitzt unter der Propeller irgendwo. Wo ist er? Er sitzt unter der Propeller irgendwo. Ja, ja, aber was mache ich jetzt? Ich glaube, es komme ich da rauf. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Probieren wir es. Wo ist er? Wo ist er? Da rauf. Da rauf. Rauf klärt er nur, wenn er sich... wenn er es dreht. Yay. Warte, klar. Okay. Schau, jetzt ist ihm ganz schwindelig. Warte, was ist er? Ich habe ihn ja schon aufgenommen. Ist er da? Da ist er ja auch. Ah, nicht da. Ja, wir sind ja von unten gekommen. Da war nur der Ventilator schon zwischen. Da freue ich, dass ich dich so nütz umsehen. Das ist ja fast die Freiheit. Das ist der höchste Punkt im Tal. Da können wir vielleicht drüber fliegen. Da hast du dich rauf gekämpft. Da hast du richtig angestürzt mit mir. Du, Argen und Rüstungen. Was hat er gesagt? Ja, es war kühl, kühl. Gibt es da oben in das? Vielleicht ein kleines Fässchen. Und das? Ein Warmschiff. Ein Wutterschiff. Lauter kaputte Fässer. Okay. Kein Fässchen. Ziemlich zugig. Okay. Ich mach das kurz durch den Hinter. Na. Schau mal. Der ignoriert mich, der Dricker. Eine Rommene. Ist aber ein fetter Turm. Ja. Schau. Wo geht's nach Hause? Hau die irgendwo oben. Owe. Da ist er mal gesessen, glaube ich. Sorry. Da lass ihn noch mal in die Ferne lutsen. Oder setz dich rauf auf ihn und schau, ob er was machen will. Ja. Vielleicht fliegen wir jetzt heim. Vielleicht hause. Ja. Ja. Heilen wir ihn mal, wenn er fliegen muss. Ich schau, wie er ausschaut und ein kleiner Drecksperz. Na gut, was wie eine Rüstung im Schlag zusammen auf dem Weg. Der Hüftgang. Genau, noch schön sauber machen vor dem Apfel. Ja. Da war doch bloß der Wind hörst. A. E. Na 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 na, der ist eh hübsch. Ist eh ne hübsche. Na dann. Dricker. Owee Mama. Nach Hause. Ich will gar nichts, da will ich mich mal hinsetzen. Aber schau mit so Angst. Na komm. Da schreien wir zueinander. Fliegen. Da will er nicht drüber. Doch er geht eh, ganz langsam. Ganz langsam geht er. Eppisch, er macht es eppisch. Oh doch nicht, jetzt setzt er sie wieder hin. Ah! Oh Gott! Oh Gott! Was kommt jetzt? Ein finaler Kampf vielleicht? Er ruft Rekos. Aber den einen haben wir jetzt die Maske runter, der kann ja nicht mehr Akko sein. Ich weiß wie viel Stift. Äh. Oder was? Die Luken ist da so. Die haben so Vögel. Was schon am finalen Postkampf aus. Oh shit! Trikoflieg weg! Hoffentlich hol ich sie jetzt ab, dass das so quasi... Meine Bodygirls oder was? Ja, aber gar nicht. Ich glaube die kreisen schon um dich wie die Ausgeier. Und suchen deinen leblosen Kendaver. Aber... Das ist El Mariachi. Okay. Sie pressen Kinder und spucken sie da rein. Im Normalfall. Vögelkopf. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Na, ich will ja auch nicht. Ich will ja auch nicht. Ich will ja auch nicht. Der Rekos! Der Rekos! Ich gehöre ihm. Dem anderen Trikot. Was? Der hatte jetzt eine geschoben. Ein Schild? Na, Malte. Oh! Okay. Die mobben mich Trikot. Ja, ich sag, ich gehöre ihm. Ich gehöre ihm. Okay, da kann ich doch darum. Du trägst nicht mehr. Hilf ihm, hilf ihm, hilf ihm. Stoß ihm, geh weg, 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 weg. Oh! Schliegt dich, ah man! Schliegt dich! Weiter! Wo soll ich hin? Ich weiss nicht. Ich hab dich rechtes Rekos gestern. Ich habe mir auch gehört. Ich hätte gern mein Schild. Das ist schon mal weg, wohl. Ja. Wohin? Da liegt irgendwas. Da liegt irgendwo. Ah, irgendwo ist ein Kittertisch. Hast du das gesehen? Ja. Ja, okay. Was ist das? Was ist das? Du kriegst mich nicht. Jetzt musst du ihn irgendwie... Kannst du ihn steuern? Ja. Ich muss ihn nur festhalten, glaube ich. Lass uns auf die Aufwand zu gehen. Lass uns um es zu verstecken. Schiff, we love müt. Boa, du schiff. Chiff, du schiff. Chiff, du schiff, du schiff. Ich bin richtig sicher. Wir haben doch nur erwähnt. Also, die Musik kommt echt episch gerade. Oh ja, aber ich verstehe es noch nicht. Genau, ziehen wir die Hörner. Wir nehmen die Signale auf. Ich glaube fast, dass ich jetzt steuern kann. Also, wir waren nur... Testfakt, bitte. Okay, da ist schon Daunen. Ablenken. Wenn ich jetzt nicht normal weiter... Das kostet zu viel Zeit. Ich weiß nicht, da ist es nicht so schön. Ich weiß nicht, da ist es nicht so schön. Weil du nicht so cool hast. Ich habe zu lange gebraucht, glaube ich. Das kannst du auch haben. Schieß auf das Signalraubt Tilo auf mit dem Whitney. Ich habe es euch auch gezeigt. Lass mich in Ruhe. So. So, er hängt da rum. Alter, schießt den die ganze Zeit, aber er tut es nicht. Ich habe ihn nicht gewöhnt. Ich habe die Chaos-Promer hergestellt. Ich habe die Chaos-Promer. Oh mein Schwanz da Ja, das ist das von Warte, ich sehe nichts So scheiße gemacht Warte mal, liegt der Schwanz drinnen? Dann schieße ich unten auf die Kugel O-O-O-O Das ist da runter Das war absichtlich? Ja, ich wollte da runter, dass wir schießen können Ja, wer ist verletzt Da kann anscheinend dein Schild nicht hochhälen Schieß doch Ich glaub das liegt der Obeeinstellung Ich glaub nicht Ja Aber vielleicht kannst du nählen und mit runterziehen Alter, steckt der scheiß Schild jetzt weg und Kleider Bede ich auch kruch Wir müssen Triko helfen, verdammt Der, mit dem ist geessen Der ist schon kalt zum Guter Da liegt der Schwanz Wohin gehst du ja da rübersach gehen? Wohin gehst du ja da rübersach gehen? Was ist das? Nicht den Alter Wenn der jetzt nochmal auf der garten Schwanz hingreift Warte mal da ist alles kaputt Jetzt kommst du aber dann nicht mal raus, ne? Wohin gehst du ja da rübersach gehen Ja, ich bin klar Ich hoffe ich stehe nicht hier und da war Warte mal wieder Da Warte mal nach Warte mal 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 Okay, okay, okay. Hat mühsam ausgespielt, was das? Jaaa. 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 Da machen die Augen dies gar. Und hauen sich runter. Und hauen sich runter. Moin. Wollt sie doch nur befreien, nicht umbringen. Na wo? Ist das meiner? Ja. Ja, ja. 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 Ja, ich kann ja auch nicht mehr. Ich glaube schon langsam, das ist ein Game, wo es kein Happy End gibt. Doch, Trikot hilft uns, der lässt uns nicht im Stich. Auch wenn ich an den Makam. Okay. Nein. Boah, der schaut so ein Nudelt aus. Richtig durchgearbeitet. Aber so macht man das Abschütteln. Okay. Okay. Oh, Trikot? Trikot hochziehen? Nein. Andere Trikot kommen. Haben sie überlebt, die anderen. Wow, das ist so ein Messer. Das ist so ein Messer. Das ist so ein Messer. Ich sehe das erste Mal seine Pupille. Ich friss mich schon wieder. Wann frisst du mich jetzt schon wieder? Das muss man jetzt nicht verstehen, oder? Nein, zum leichteren Transport, glaube ich. Das ist so ein Messer. 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 Ich habe nichts zu tun. Ich habe mir die Lards nicht ver encantiert. Oh, mein Daff. Blatsch. Jetzt habe ich blatsch geimpft. Ja, die haben auch Trick gegriffen. Tut ihm nichts! Speib mir aus. Ja, tolle Erwachsene in unserem Spiel. Moi, das ist mal eine Gefangenenübergabe. Moin. Ich steuern. Aufstehen! Munter werden! Ja, die haben wir jetzt wegsprieren gesucht. Ich werde jetzt nicht mehr sehen, dass ich mich nicht mehr sehen kann, dass ich mich nicht mehr sehen kann, dass ich mich nicht mehr sehen kann. Das ist eine außergewöhnliche Geschichte. Ich habe mir gedacht, ich bleib' ein bisschen. Wahrscheinlich, aber nur... Wahnsinn, Wahnsinn, ein Spiel, was genauso viele Fragen fast offen lässt, wie es das ganze Spiel macht. Schau, wie er mich gefressen hat. Das war noch Zeit. Das war damals, ja. Ja, das war ein super Game. Bisschen langwierig, bisschen fatt kam, eine Hammer-Story. Aber wenn man es dann irgendwann fertig hat... Ja. Es hat uns verzweifelt. Es hat uns Lacher gebracht. Nervencoast. Nervencoast. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Der Last Guardian. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie uns. Mir zumindest. Vielen Dank für das Featuring von Schamausi. Ja. Es hat es gut gemacht. Es hat es richtig gut gemacht. Ich hätte die Nerven nicht gehabt für die Steuerung. Die ganze Zeit. Es ist die ruhige und die geduldige bei dem Ganzen. gut gemacht. Ja. Schaut euch alles an. Wir haben viele Parts jetzt davor. Wenn ihr nur das Finale gesehen habt. Abonniert uns. Wir freuen uns auf weitere Games. Es wird Action geladen bleiben. Also ein bisschen mehr Action wird jetzt vorkommen wieder. Ich zocke wieder. Was ist das nächste? Dann wird es ein schneller Gap. Schreibt was zu sagen habt. Abonniert mich. Schamausi. Munderzocker. Danke fürs Zuschauen. Lass gerade eines durch. Bis zum nächsten Game. Tschüss. 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 Arto! Oh! Otocki! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020